Egal, die gehen immer noch nicht ey. Junge, wir waren vielleicht zwei Wochen weg oder so. Drei. Echt? Fühlt sich aber an wie drei Jahre. Hey, der ist down. Hey, ich hab's doch drauf. Oh. Alter. Go for the kill, go for the kill. Links, ein Bug, links. Ja, ja. Oh mein Gott, wie close warst du? Drei Viertel. Meine Lache schon wieder, ne? Ich will einfach das Spiel. Junge, was geht bei dir? Was ist los? Sag's mir. Junge, was ist? Was ist los? Das hat sich eins zu eins angehört wie so ein Warzenschwein, Alter. Und ich hab in meinen... Ich hab richtig gesehen wie ich dieses Schwein einfüge, wenn dieser Sound kommt. Deine Mutter hab ich da gehört, Alter. Du Bastard. Wie mach ich das nochmal? Alte... ne, nicht Alte 4. Al... Shift F2, ne? Ja. Jetzt passt der Alte F4 ganz zurück. Hahaha Hahaha Der Peaks, der Peaks, der Peaks. Rechts, okay, linke. Hey? Wie auch immer das ein Headshot war! Alle 8.1 Damn son Piss you boi Jesus Hecker Direkt vierer kill hier Was? Das war voll ins Gesicht Er hat 1 HP Links Dennis Ja Der letztes Ja Geh einfach Ja spring da rein Halt's Maul Er soll ich auch spring da rein Junge da warst du schon drin du Pimmelberger Got you little boy Fuck wins Ich brauche Wins Vor allem ich seh'n die so Frost ab Ich denk mir so Oh gut der läuft nah am Rand alter Nein du hast nicht gesehen wie ich gelaufen bin Ich bin da extra so nebenher und dann rechts Bitte biegen sie hier rechts ab Oh der war gut Ich brauche Wins Nein der steht genau vor dem Fenster Marvin Oh Ich war so schnell tot Ich 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 war noch nicht so schnell tot Weißt du ja wenigstens alle noch gekriegt Ja Ey mir wurde nicht Wo war der Marvin Mir wurde nichts angezeigt Ich war sofort in der Kamera Ja guck hast du gesehen? Ja ja Boah ich krieg den da nicht easy weg Warte Warte Renn er ist dumm Da liegt ne Frostmatte glaube ich auch noch Er ist nicht Oh doch ist er Easy Nice 15-2 Erste Rank-Runde Boah zu dir Andi Boah ich Und mein aktives Verteidigungssystem hat zugeschlagen Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern Zugriff auf den Bio-Gefahrgut Behälter behindert Zugriff auf den Bio-Gefahrgut Behälter behindert Warte Ja Achso Ja ist B Oh Üf Der Zehn hat B zur Verteidigung Uuf Uf 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 Meine Oma-Tür soll ich nicht reich werden, ich würde mal ein PC in dem Fall gegen jemanden tauchen. Scheiße. Wie mach ich das nochmal aus? Fünf. Ich kann jetzt nicht. Was? Oh, alter Schwede. Ibana, kannst du diesen Hatch auch öffnen? Op-4 eliminiert. Freundliche Mission erfolgreich. Das war eine gute Runde, Leute. Wtf, Dennis? Ich wollte es eigentlich nur aufschießen. Okay. Probieren wir wieder zu rohen. Okay. Beide haben Headshot kassiert. Wtf, alter. Wir spielen richtig ekelig, glaube ich. Warte, lass mich zuerst. Ist er in der Tür oder was? Warte, ich hab sie. Okay. Kill sie. Nein! Ich hatte das Ding in der Hand und er so kill sie. Wie du abgehauen bist. Ja! Dennis, pass mal bitte von Strip auf, dass ich nicht gefickt werde finden. Ja! Da war einer. Genau wo du gesagt hast. Ich bin leer. Wie traurig, Mann. Ich hätte sie töten können. Warum stirbt der denn nicht? Hast du was gesehen? Ja, diese Waffe ist kacke. Du was. Nein, die macht noch weniger Damage of Distanz. Ich hab's nicht mehr geschafft abzudrücken. Marvin, lass die andere Seite lang. Nein, lass hier lang. Nicht, ne? Ja, da, ne. Ja, genau. Da ist clean. Da ist nur ne Lesion Trap in der Tür gewesen. Warte, ich bin Maverick. Ich geh bisschen ab. Mach Löchis. Mach mal hier. Ah, du hast schon. Ja, ich hab den Bandit da drin geholt. Ich glaub, wir werden geflankt. Ja. Wir haben da... Was? Das hat mich geholt? Das hat mich geholt? Der Ben sitzt in dem... Äh, der Internet ist in dem Bombenspot drin. Oh Gott. Ich bin ne Maschine, Marvin. Er liegt da down. In einer Maschine. In einer lebenden Maschine. Come out, come out, there you are. Hä? Da war gar nichts auf meinem Screen. Alter, Alter, ich hab's auch nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen. Nein, hier ist einer bei mir. Uff. Wollen wir die ganze Zeit raus, oder was? Hast du keine Drohne mehr? Ah, ah. Oh mein Gott. Zwei auf einmal. Aber gleichzeitig. Digga. Oh, hätte sie nicht schneller sterben können? Ich hab hier locker zehnmal in den Rücken geschossen. Dennis, der Blitz... Der... Denk uns doch jetzt ein Fenster beim Leinen. Wait, I'll push him. Was war das? TF, warum seid ihr tot? Was hat mich denn geholt? Alter, was ist da passiert? Was hat mich denn geholt? Mich hat Tachanka geholt, Mann. Oh mein Gott, was? Oh, jetzt weiß ich wieder, warum ich das Spiel nicht so lange gezockt hab. Boah! Der hat den nicht mal getroffen, Mann. Ich hab's Spiel so lange nicht gezockt und dann muss ich mir sowas angucken. 10 Sekunden left. NEIN! Jäger, Tyler. EILT! VON UNTEN! Hä? Bei mir ist hier schon irgendein Schild. Oh shit! Oh shit! Blitz ist hinter mir! Langsam gewesen, Mann. Oh, das ist der zweite Tag, an dem ich das Game wieder anfasse und ich kann nicht mehr.